So, hallo Leute, dann herzlich willkommen zurück bei Rogue Legacy und ich muss mich hier mal gerade... So, ähm, ich muss das Ganze hier mal ein bisschen spontan aufnehmen, because ich hab ein bisschen Stress und konnte auch die Woche kein Sea of Flames bringen, das dürfte aufgefallen sein. Aua. Tut mir ein bisschen leid, aber nächste Woche geht's dann regulär weiter. Was haben wir denn eigentlich hier? Hallo? Äh, achso. Hätte ich ja auch in der HP sehen können. Okay. Ein Barbarin, eine Barbarin. Huch, bin ich hier drauf gesprungen. Ähm, was haben wir denn an Runen und so weiter? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hab gar nicht mitbekommen. Ein bisschen HP kriegen wir... Ich glaub wir haben den Doppelsprung und den Dash, genau. Den haben wir... Okay. Das ist ja schon mal... Ah, ganz gut. Ne, damit können wir den nicht... Damit kriegen wir den nicht. Aua. Blöder Penis. Uah. Ey, komm her, Alter. Ey, ich mach dich fertig. Gestern war ich im Kino. Gestern Abend. Und hab mir Fuck You Goethe angesehen. Könnte ich ja gerade mal so ein bisschen ansprechen. Klare... Schau-Empfehlungen, quasi. Ja, nein. Klare Film-Empfehlungen. Alter, Leute. Guckt euch Fuck You Goethe an. Seriously. Ist... Richtig... Es ist ein richtig geiler, 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 geiler Film. Fick dich, Alter. Mehr. Ich mach dich kaputt. Oder auch nicht. Alter. Mach mich nicht kalt, Junge. Mach mich nicht kalt, Alter. Mach mich nicht kalt. Mach mich nicht aggressiv. So. So. Äh... Wo müssen wir lang überhaupt? Nach unten können. Waaah! Können wir nicht. Abgelehnt. Tot. Ah! Okay, was ist das hier für ein... Scheiß. So, warte mal. Wir müssen hier lang. Hier lang. Critical. Zack. Und ein bisschen HP. Dankeschön. Ach, wir gehen hier einfach so durch. YOLO. So, ein bisschen Gold sammeln war ja auch. Ist ja eigentlich auch ganz gut, aber reicht bei Weitem noch nicht für irgendwas Kaufmäßiges mittlerweile. Also, ist echt teuer geworden alles, ne? Und diese Inflation. Heilige Scheiße. Okay, durch hier, durch hier und... Oh, Gold. Nice. Also, 1000 Gold sollten wir schon mal mindestens mitnehmen. Das ist eine Grundempfehlung hier. Aber... Eigentlich mehrere tausend wären schon in Ordnung. So. Ach, das ist ja verfickt nochmal... Das ist doch verfickt nochmal Scheiße hier. Was soll denn das, ey? Fisch gar nicht cool. So. Also, fuck you, Goethe, ne? Ist ein Hammerfilm. Ist ein Hammermäßiger Film. Und ich kann ja Patrick mal danken, dass er mich gratis ins Kino eingeschleust hat, quasi. Er arbeitet ja im Kino und gratis Popcorn, gratis Cola. Ähm. Ist schon geil. Und vor allen Dingen konnte man mal hinter die Kulissen von einem Kino schauen. Der Beamer ist so groß wie ein Kleinwagen. Einfach mal. So. Oh. Geld. Oh. Zombie. Geld. Oh. Geld. Wir müssen hier weg. 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 Weg hier. Ja, sind wir doch eigentlich ganz gut durchgekommen. So. Gehen wir mal hier hoch. Aua. Penis, Alter. So. Okay, hier gibt es nichts weiter. Ist ja auch mal interessant. Hier runter. Ich will mich versuchen, mich ein bisschen zu beeilen. Ich muss halt ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ach, das kann ich ja gar nicht. Warte mal. Ich muss hier gerade mal das Fenster versuchen. Ein bisschen verschieben. Oh, vier Minuten haben wir erst. Okay. Okay. Ich muss das Fenster aber so ein bisschen im Auge behalten. So. Du bist auch tot. 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 So. Tot. Gold. Tot. So. So. Alles ein bisschen. Oh. Im Auge behalten. So. Hier ist noch eine Kiste. Mehr Gold für mich. Hier geht es so in das Maya, ne? Okay. Ne, da wollen wir ja noch nicht hin. Eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Im Wald kommen wir wahrscheinlich noch nicht so gut zurecht. So vom, von den Kräften her. Aber gut. Wir können es ja mal probieren. Vana brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Ah, diese verfickten Skelettköpfe hier. Ne, warte mal. Was ist denn das? Totenköpfe sind das. Naja, Skelettköpfe. Kann man ja eigentlich auch sagen. Sind ja, Totenköpfe sind ja Köpfe von Skeletten eigentlich. So, quasi. Warte mal. Schieß. Und. Dead. Dead. Zack. Und weiter jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was geht denn hier schief? Was geht denn hier schief? Aua. Wow. Verpiss dich. Nein, Güte. Kann ja nicht wahr sein. So. So. Ähm. Tot. Okay. So. Du bist auch tot. Du bist auch tot. Die sind so verfickten grünen Dinger, ne? Die gehen mir auf den Geist. So. Dankeschön. Zack. Oh, oh, oh. Hilfe. 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 Nein. Ah, so geht das. Können wir aber trotzdem nicht erreichen. Dies ist stupid. Ich mach mal auffällig. So. Will ich da runter? Nö. Will ich nicht. Ich mach mal auffällig. Ich mach mal auffällig. Oh. Oh. Verpiss dich, alter. Verpiss mich. So. Zack. Und. ein pferd noch ein blutwind ranger hin lol 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 alter ohne gehittet zu werden ohne witz warte mal wir gehen mal runter ich hoffe da unten trifft mich jetzt nichts das ist ganz gut das ist ganz gut ja 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 so fresse scheiß hund kritten ist natürlich auch immer sehr gern gesehen wenn ich normalerweise auch springen diese wölfe jetzt schon bis alter ganz ganz witz genau ohne witz sage ich mal so ich würde sagen die folge ist zu ende wenn wir jetzt ein bisschen sterben weil wie gesagt ich muss mich ein bisschen beeilen ich bin mal so ein bisschen im eilmarathon alle folgen aufzunehmen und so weiter habe ich aber in einem anderen video auch schon mal okay noch ein bisschen gold für mich 3.000 gold das ist doch eigentlich schon recht ansehnlich will ich mal sagen die musik hat irgendwie aufgehört jetzt ist sie wieder da ok gehen wir lang nach oben oder nachher drücken ok tschuldigung das war gerade dämlich ok press a to move on ja dann wählen wir hier noch den nächsten helden aus geben noch ein bisschen geld aus wieso steht eigentlich der bildschirm so schräg ich möchte mir mal das den helm anschauen den neuen nehmen wir mal den weg er ist natürlich von der hirth her hirth her auch besser 171 mit dem hokage das läuft was können die plus zehn prozent gold bonus hier nehmen wir die mit wtf ist natürlich armor wäre natürlich auch cool aber der gold bonus ist natürlich jetzt auch nicht so verkehrt critical chance ja gut das ist ja beim hokage jetzt eh nicht ausschlaggebend schauen wir hier mal sky rune das ist mit sprinten das brauchen wir nicht hier haben wir die gold rune drauf dann haben wir jetzt schon einen 20 prozentigen gold bonus ne quatsch haben wir nicht jetzt haben wir einen 30 prozentigen gold bonus wird ja dafür müssen wir den doppelsprung weglegen wir können es mal versuchen was ist das hier ne obwohl das machen wir wir machen das hier wenn wir mit nem mit nem ähm miner oder mit nem spelanka arbeiten da nehmen wir den gold bonus noch mit dazu dann haben wir einen 80 prozentigen gold bonus schon das ist ganz schön heftig eigentlich ok ok level niedrig das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht ok der ist ja ziemlich schnell 89 schaden machen wir damit ja gut ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder wir haben 10 minuten voll gleich in jetzt haben wir 10 minuten voll so dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein macht's gut auf wiedersehen und ciao meh